Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Titanfall. Ja, dem Spiele Gott sei Dank gab es jetzt den Season Pass zu Titanfall umsonst, also komplett umsonst, also 0,00 Euro. Und da habe ich mir den gleich mal gegönnt. Und jetzt spielen wir hier auch eine der neuen Karten, nämlich Sumpfland vom DLC Expedition. Und außerdem spielen wir hier auch gleich noch einen neuen Spielmodus, nämlich, ähm, dieser jetzt nochmal Todgeweiht hieß er, glaube ich. Dann wird hier immer irgendein Ziel markiert, dass man ihn töten muss. Oh shit. Beziehungsweise in seinem eigenen Team bewachen muss. Und das Spiel wurde vor ihr, Herr Scherl. Ja, scheiße. Shit, er hat mich noch erwischt. Aber ich hatte ihn hier auch noch gekriegt. So. Ja, wie gesagt, neue Karte. Also die DLCs bei Titanfall, sprich die DLCs, die wir im Season Pass bekommen haben, sind meistens immer nur neue Karten, also neue Spielmodus gab es da jetzt nicht. Oder neue Waffen oder keine Ahnung, so wie im Vertelfield. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch. Oh, das war jetzt groß. Oh, gleich mal drauf. Schade Oh shit, da hat der Typis Okay, das war dumm. Ja wie gesagt, ich habe den Spielmodus hier noch nie gespielt Und die Karte auch noch nicht, wie gesagt, ist ja neu Oh shhhh Shit man Guckt euch das nur wieder an, alter Das war wieder nur ein Frontsoldat Ey, solange ich ihn nicht markiert bin, ist alles cool Das war ein Frontsoldat und da war der Richtige, ich hasse es nicht Oh Gott, der Spielmodus liegt mir ja so überhaupt nicht, wenn ich das mal sagen darf Toll, wo kommt mein Titan runter? Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht wahrscheinlich Ja Gut, weil wir ja nun ein Frontsoldat Aufsache, die Raketen treffen nicht Ach man, guckt euch das nur wieder an, alter Was ist denn das, alter? Erstanden, feindlicher Titan ausgeschaltet Kommt mir das so vor, als wären die Titans hier irgendwie schwächer Weiß auch nicht Ne, nicht schon wieder von hinten, alter Guckt euch das an, wie der überlebt Wie beide überleben Oh Mann Oh Mann, guckt euch das an, 0 zu 5, alter Was ist denn hier los? Alter, wie schlecht ist das denn? Okay Gut, wir haben zwar gewonnen, aber das war eine richtige Scheißrunde, wenn ich das mal so sagen darf Hey, guckt euch das an, der stirbt nicht Und so schlecht habe ich jetzt nur wirklich nicht geschossen 0 zu 5, ich glaube auch 0 zu 5, ich glaube auch Ich weiß nicht, der Spielmodus ist irgendwie scheiße Vor allen Dingen kann auch vielleicht an der Karte liegen, keine Ahnung Aber ich wollte eigentlich nur die Karten ausprobieren Aber da gibt es irgendwie nur Bei Titanfall ist es irgendwie nur so eingestellt Dass man da dann auch verschiedene Modi gleich mitspielt Und irgendwie, ja gut, der Modus liegt mir auf jeden Fall nicht Kann ich jetzt schon mal sagen Ist nicht so geil Und die Karte an sich war jetzt auch nicht so der Burner War eine viel zu kleine Karte dafür, fand ich Aber immer noch hin, noch 6000 EP So, was hat man noch so, weiß ich immer noch nicht Gut Last Titan Standing, ja davon habe ich schon gehört So, den wollte ich hier auch nochmal umbenennen So Aber ich glaube die Raketen sind doch nicht so geil Ich glaube ich nehme wieder diese hier Burncats, Alter, was soll ich damit anfangen Ich benutze ich so wenig Mal gucken, was das jetzt wird So So Da wären wir wieder Ich nehme mal wieder die MP Obwohl sie eben nicht so gut funktioniert hat Ich denke mal hier geht es einfach darum alle weg zu mir hin, am besten Okay Ich habe immer noch keine Ahnung, was das sein soll, ey Diese Rangchips So, ich gehe gerade mal mit denen mit Ich glaube alleine wird das hier nichts Oh scheiße, der hat mir alle abgefangen, der blöde Wegzer Oh, der schickt die mir auch noch alle zurück Na geil, oh Oh shit, man Schneller, gib Gas Oh, Alter, von wo? Von wo? Lol Na die kommt vor die Ball Boom So muss das gehen und nicht anders Oh nein, oh nein Ah, gerade noch so geschafft Scheiße, der Deck Oh, das war so klar, ne Ja, weil wir auch verloren haben Ja, weil wir auch verloren haben Ja, weil die auch einfach mal von überall kamen auf einmal Ich habe das übelst nicht verstanden gerade, was das sollte Ja, okay, das rockelt irgendwie so ein bisschen Leckt gerade so ein bisschen am Anfang irgendwie Ich weiß auch nicht, was das soll Oh ja, gut, hier sollte ich vielleicht nicht stehen Oh nein Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Komm, oh, ich hole die noch weg, Alter Komm, schade Bestimmt ja, den habe ich ja auch noch Ein Mac-Werfer Das war ein Spectre Nein, er haut ab Ja, ich habe schon wieder verloren Ja, nicht nur in dieser Runde, du Bengel Ja, der eine hier auch Brain AFK ist, Alter So ein Scheiß, Mann, Alter Oh, nö, oh, nö Ach, komm schon, guck dir das nur wieder an Alter, was war das denn? Dieser Elektro-Rauer auch für den Schaden drückt, Alter Das ist ja unnormal Das ist ja unheimlich Das ist ja unheimlich Wir verlieren dann hier schon wieder, weil die anderen irgendwo erst rumgammeln, wo sie nicht sein sollten, ey. Autsch! Oh, guck dir den an. Ja, ich respawn in der nächsten Runde schön. Ich glaube, ich nehme hier gerade mal die Dreifach-Bedrohung. Ich glaube, die geht hier mehr ab. Ja, Mann, was habe ich denn für ein schlechtes Team, Alter, ohne Witz. Wir haben verloren. Ja, ach! Mann, 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 Alter. Weit ist noch gar kein Ausdruck, Alter. Oh, shit! Oh, shit! Nein, ach du Scheiße, Mann. Na, Leute, so macht man das nicht. Was ist das denn? Warum gibt es denn da so einen dreckigen Abgrund, Alter? Ganz geil, Mann. Weil ich doch der Beste in meinem Team bin, Alter. Wie die nichts auf die Reihe kriegen, nichts, gar nichts. Guckt euch das an, die haben noch fünf Titans. Wir haben gerade mal einen. Jetzt haben wir gar keine. Was zum Teufel, Alter, was ist das denn? Was für ein Scheiß-Team, Alter, ohne Witz. Ich meine, gut, das eine von mir eben war scheiße einfach nur, aber... Was willst du denn machen, wenn du so ein Scheiß-Team hast? Ah, Stufe 33, meinetwegen, Alter. Ich verstehe immer noch nicht, was es ist. Schön. Titanabwehr, Elektrogewehr. Okay. Na gut, keine Herausforderung. Ah, Piloten-Loadouts, ja gut. Ja, ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, dann ist das jetzt erstmal eine... ...kürzere Folge, oder mache ich die noch ein bisschen länger? Was spielen wir denn jetzt überhaupt? Pilotenjäger. Ach komm, dann wird das heute mal ein bisschen eine längere Folge, dann spielen wir jetzt noch eine Runde. Pilotenjäger. Keine Ahnung, was das denn soll. Ja, so seht ihr jetzt endlich mal noch ein paar andere Spielmodi, die ich so eigentlich wahrscheinlich nie ausgetestet hätte. Aber ich will auch einfach mal die neuen Karten zeigen. Die es jetzt hier so gibt. Gut. Ich glaube, diesmal gebe ich aber... Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was hier los ist. Eindliche Piloten ausschalten, ja gut. Guten Tag, Pilot. Ich bin Ihr Rangchiff und zeichne Ihre Leistung. Ja, guten Morgen. Oh, lol. Hauptsache ich krieg schon mal einen von der Seite reingedrückt, ey. Oh ne, guckt euch das an. Ja gut, das war eben doch scheiße. Ich hätte früher eine Rucksackladung werfen sollen. Aber egal. Das war nur ein Milizoldat. Hey, guckt euch die an. Was soll denn das? Ein verbündeter Teilenstöße! Lol, was ist denn hier los? Alter, what the fuck? Ja, natürlich. Scheiß Frontsoldaten, Alter. Gehen wir richtig hart auf... Ah, ja. Toll. Boah, schlecht geschossen, schlecht geschossen. Wo sind die Wichser... Wo ist der Wichser hin? Alter, er war gar richtig schlecht geschossen von mir. Wird hier nicht wieder irgendwo runterfallen, Alter, das wärs noch. Das war ne richtig dumme Scheiße, einfach nur. Warum seh ich jetzt nichts? Ey, guckt euch Dino wieder an! Ey, jetzt reiht sie mir. Ja, Mann, über Zeit, Alter. Ja, gut, das hier scheint nichts anderes außer, als es uns zu sein. Wir halten es in 50 Sekunden einsatzbereit. Pilot, wir haben unseren Vorsprung auf die Miliz weiter ausgebaut. Gute Arbeit! Immer weiter so! Scheint hier ganz normales Team-Death-Match zu sein. Ja, geht doch. Mann, Mann, Mann. So, den Titan, guck mal da hin. Ne, hoppla, falsche Taste. Jetzt komm ich da nicht hin. So, ab geht er, der, 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 der jetzt wird, Ayufka. Boah! Nein, ich muss nachladen. Oh Gott, was für, was du denn? Ah, sehr schön. Geht doch, Alter. Geht doch, endlich mal. Der Widerstand lässt nach. Setzen Sie den Kampf vor, gib ich mich hin. Oh nein, ich stütze ab. Toll, hier ist ja noch Wasser, Leute. Ich dachte, das wär schon wieder so ein ekelhafter Abgrund gewesen. Nein, guckt euch den an. Habt ihr das gesehen? Der war schon rot und ich konnte, der hat nicht zu Ende geschossen. Hm. Ach so, die Ersatzzeichen ist in 30 Kilometern zur Einladung. Die Ersatzzeichen online. Wasser auf die Signal. Guck, da hat's grad eins zerlegt. Ja, sehr geil, so macht man so was, Alter. Ich hab mich da schon wieder abgeschossen. Ah, shit, Mann. Alter, erzähl mir nicht, der hat mich jetzt ausgeschaltet. Hä, das war nur ein Typ, de fuck? Was ist denn hier los, Alter? Ja. Achtung! Ihr Ersatzzeichen ist in 30 Kilometern zur Einladung. Wo gehen wir mal unten lang? 6-6 an alle Einheiten! Wir stehen vor dem Fliegen! Die Schlacht ist fast vorbei! Gute Arbeit! Man, 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 hier ist was los. Man, 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 hier ist was los. Man, 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 hier ist was los. Sind die ganzen Wichser denn schon wieder? Ich find hier grad überhaupt keinen. Ah, haben sie sich grad gegen seitdem. Okay, halt auch nicht schlecht. Ah, nein! Jetzt hat er mich ausgeschaltet, Alter. So eine Scheiße, Mann. 5-6, Alter. Ja. Ach, sehr gut, haben wir wenigstens mal gewonnen. Meine Scheiße hier. Achtung! Die Menschen ausüben sind geschlagen. Aber einige versprengte Einheiten sind noch im Zielgebiet. Lassen Sie sie nicht entkaufen. Loll, habt ihr das grad? Leute, es liegt. Sie haben hiermit sämtliche Ziele erreicht. Gut gemacht! Nein, das war ein Spieler! Ich fass es nicht! Ich hab den übelst nicht gesehen! Ach, du Scheiße, Mann! Ah, nee! Nicht schon wieder so'n Scheiß zum Ende hin, Alter! Schön, wenigstens das Teil zerstört. Ja, liebe Freunde, dann war's das jetzt aber. Auf jeden Fall jetzt war's das erst mal. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt keine so'ne gloriose Runde. Auf jeden Fall... Gloriöse? Glorios? Glorreich so wollte ich... Glorreich wollte ich sagen. Keine glorreiche Runde. Äh... Ja. Ich hoffe mal, dass die anderen Karten hier besser sind. Also, besser jetzt nicht, aber dass die... Äh... Anderen Spielmodi, die es noch hier gibt, nicht so scheiße sind. Also, das Last Titan Standing war eigentlich ganz nice, aber... Pfff, das war irgendwie... Das war dann zu viel auf einmal irgendwie, fand ich. Ich... Aber gut. Ja, Smart Bistler, Hütte Magazinkapazität, dafür hatten wir noch keine Schwierigkeiten so wirklich. Gut, aber ich würde sagen, dann war's das jetzt erst mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Tschüss! Titz��! Vielen Dank.